Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. Wir sind immer noch, äh, probieren die Bots zu quieseln. War das Deutsch? Ich weiß es nicht. Ähm, wir sind zu dritt und wir spielen noch, wer ist denn da noch dabei? Breakgate ist, äh, der Random, der bei uns dabei ist. Und da bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen. Ich hoffe, die, ähm, Qualität und sowas und die Lautstärke-Einstellung ist gut. Werde ich dann aber erst sehen, wenn ich mal eine Folge geschnitten hab. Hm, so. Neue Map, oder? Nee. Nee, es ist dieselbe Map, letztes Mal. Aber egal, diesmal gehen wir unser Bestes. Aber letztes Mal haben wir wieder angefangen, ey, da haben die schon Punkte gehabt. Diesmal fangen wir frisch an. Let's fetz. So. Ich würde sagen, erst mal A in den Mund, oder? Ja, dann geht ihr mal A, ich gehe schon mal zu B. So, der fette Wikinger sprintet. So C, komm. Hinten durch. Alter! Oh, 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 hier ist ein Quiesler. Geblockt, geblockt. Alter! Hey. Fuck, ich hab Probleme hier, Leute. Ich brauch Hilfe bei B. Hm, wir sneaken uns kurz C, dann kommen wir. Alter, ihr seid verrückt! Oh, fuck. Da kommt irgendwas runtergerutscht, aber egal. Alter, die haben wieder ein A verloren. Was, die haben A verloren? Dafür hol ich C. Umkämpft. Also bei mir... Okay, C am Start. Fuck, hier ist einer. Ich hab wenig Leben, Bitches. Boah! Ah, fuck. Okay, das war schnell. Ja, oh, ich bin direkt mal tot. Bei A ist einer, der hat mich umgequiselt. Wenn einer zu A kommt... Wer ist denn das hier? Breakgate? Hier, wir haben hier schon was gequiselt. Kommt einer zu A und retzt mich? Obwohl, ich kann jetzt auch wieder respawnen. Ja, ich kann auch resten. Ich muss eh zu A. Ich bin da. Ich komm auch direkt zu A. Oh, hier ist einer. Oh nein. So, du fetter Wikinger. Dann zeig mal, was du drauf hast. So, einmal hier runter. So, hier wird gefightet. Jo. So, jetzt schnappen wir uns A. Okay, haben wir. So, jetzt B machen und dann bei A im Auge behalten. B haben wir, sehr schön. Okay, jetzt muss ein... Hier bin ich? Jo. Ja. Warte mal, hier ist noch so ein Typ. Alter, was für ein Assassine, Junge. Ein paar Axthiebe, dann ist der weg. Nein, ich bin tot. Alter, das war doch ein Block. So, dann... Oh, nee. Jawoll. Voll abgestocken. Sehr gut, Kev. So, warte, ich rette hier. Du musst hier B drücken. Wie macht man B? So, Moment. Ich glaube, hier von links kommt... Ja, zwei Leute, zwei Leute bei mir. Fuck, ich muss hier erstmal raus. Erstmal raus. Okay, der quieselt mich. Der Wikinger ist hart. Komme. Alter, wir haben A verloren. Wir verlieren B. Was ist das gerade bei A? Wie geht denn das? Oh, fuck, da gehe ich nicht rein. Boah, ich werde kaputt gemacht mit Muskelkraft. Scheiße. Kann mich einer retten? Äh, warte, ich gehe kurz A. Okay, du hast eine Rocket Lancer, ist am Fighten. Ich bin bei B. Ja, ich retze mich selber. Was soll der Geiz? Egal, komm, Sprinten reinknallen. Und dann auf... Mach dir A. Ja. Jetzt seid zu zweit bei A. Ich probiere B einzunehmen. Die Gegner haben... Hier sind zwei bei B. Ich brauche hier Hilfe. Okay. Ja. So, einmal D. So, ich kümmere mich um den anderen. Boah. Ey, ausgewichen. Warum kann ich nicht blocken? Alter, ich habe geblockt. Junge. Ups. Müssen wir hier Typen kennen. Pamm. Kobra bis wie in mir nochmal. So, einmal hier durchschnetzeln. Alter, sind hier viele Typen. Was der Assassine tankt. Übel. Lass mal hier ein bisschen reinquieseln. Ja, ich werde hier voll rund gemacht, ey. Ich muss aus dem Kampf, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich sehe nur noch schwarz-weiß, Mann. Ja, Mann, dann hast du keine Ausdauer. Und so. Okay, hier geht es zu A. Ich bleibe bei B. Okay, wir haben B. Und wenn ihr jetzt A holt, dann müssen wir erst mal gucken. Das wird die beiden nicht verlieren. So ähnlich. Das ist mal hier ein bisschen... Fetter Samurai. Nein. Verlieren am Boden. Na ja, du fetter Sack. Ja. Nein, von hinten. Ich habe einen, ich habe einen. Level-Aufstieg. Kann ich hier machen? Nein, nein, nein. Oh, fuck, ich muss weg. Könnt ihr mir helfen? Ich gehe erst mal zu A heilen. Ja. Ich werde jetzt nicht sterben. Was sind die Attacke da, die ich mit Steuerkreuz hoch machen kann? Da meine ich. Wir haben B verloren. Ich muss mich heilen, schnell. Boah, da kommt noch einer. Kriegen die auch Punkte, wenn die jemanden töten? Wisst ihr das? Weil, ist es besser zum Beispiel, wenn ich sterbe? Oder ist es besser, wenn ich einfach weglaufe? Oh, hier kommt einer. Gut, dass ich mich gerade geheilt habe. Na, na. Keine Ahnung. Bleibst du da, du Penner? Wo ist der von C hin? Ja, oh, wie er sich umdreht. Da ist einer bei A. Ja, ich bin am A. Ich bin da. Nein. Oh, oh. Jo. Und in den Kopf. Okay. Hier so heute. So, Bitch. Er ist weg. Was? C wieder verloren. Die geht nicht. So, steht irgendwas, dass ich jetzt Punkte bekomme? Naja, ich weiß es nicht. B wird auch gequieselt. A habe ich verteidigt. Oh. So. Oh, geile Aura, Alter. Was macht das? Weiß ich nicht. Wie, weiß ich nicht. Ich muss doch wissen, was deine Aura macht. Alter, warum geht das nicht? Was denn? Alter, der mit seinem Riesenschwert, Mann. Alter, ich kriege voll aufs Maul. Oh. Alter, ich habe keine Ausdauer mehr. So, mach mal hier den Typen. Oh, er hat mich erwischt. Okay. Ich gehe mal zu A. Warte mal. Wenn ich das drücke, dann... Hier ist niemand. Wie kann... Ich kann hier irgendwas... RT. Was ist RT? Oh, einer bei A. Haben wir ihn schon. Was ist ein RT, Alter? Was kann ich damit machen? Oh, no. Oh, ich brauche Hilfe hier bei A. Was ist ein RT, Alter? Das hintere. Da steht RT, aber... Ich kann gar nichts machen. Ja, wir haben A und C. Äh, B und C. Bei A Hilfe. Neat, neat, neat. Ja, komm mal. Schau, Sprint rein. Nur ein Weg zu A, Bitches. Bei B sind zwei, aber... Ja, ich meine ja so B-mäßig. Was sind jetzt A, B? Ja, so beides etwa. Okay, danke. Mein Trick. Danke. Jo, kein Ding. Achtung, hier kommt einer. Ja, der hat aber nichts mehr. Der kickt so ein... Bäm, Alter. Da ist noch einer. Jo. Oder? Ne, 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 wir sind hier, äh, zu dritt. So. Und in der Mitte sind drei. Ich weiß nicht, was ich hiermit machen kann. Ich habe hier so ein Dings und dann... Erstmal healen. Und immer düden. Keine Ahnung, was das ist. Ich kann jetzt irgendwie... Oh, hier ist einer. Zwei bei mir, ich brauche Hilfe. Ah, okay. Boah. Auf den Weg. Erst den Linken, komm. Au, au, au. So, ich habe mich geheilt. Ich habe eine Fähigkeit, dass du mich heilen kannst mit einem Fight. Das ist mega geil. Alter, wie er alles blockt. Okay, ich habe gegen die Wand geschlagen. Komm, Cobra bis. Warum geht Cobra bis nicht? So. So, pass auf. Ja, ja, pass auf. Was ist zu B? Äh, ja doch, B. B ist weg. Oh, hier ist einer. Ah, du kannst in diesem Modus... Wow. Wenn du in diesem Kampfmodus bist, kannst du 1, 2, 3, 4 Dinger drücken da. Wie 1, 2, 3... Äh, ja, ja, ich weiß. Bei mir ist das Steuerkreuz. Alter, ich brenne, ich brenne. Ich kann so Feuerbomben werfen. Mega geil. Was? So Molotow-Cocktails. Du bist Iggy und Scorch oder was? Junge, Sieg, der wirft den weg. Easy going. Wo sind die Ranks? Ah, da wird der abgestochen hier. Ja, Mann, 13. Was geht ab? So, Daten werden empfangen. Ja, für mich auch. Gucken wir mal. So, da geht noch eine Runde, Bitches. Holy G-Wah, Bitches. Verzeihen, unsere Server brauchen unerwartet lange für eine Antwort. Die Belohnungen werden hinzugefügt, sobald sie geantwortet haben. Ja, ja, ja. Okay. Was ist denn hier? Kartenwahl. Guck mal, wir können auch Kartenwahl machen. Dann lass doch mal eine andere spielen. Lass doch mal hier, äh... Das unterste. Ja, genau. Brücke zur Zuflucht. Ja, Mann. Machen wir das doch mal. Guck mal, Breakgate ist rausgegangen. Macht doch nichts. Breakgate, Breakgate. What you gonna do? Wow, wow, guck mal, da unten. F1-Kartenübersicht. Nice. Kartenwahl, Befehle. Was sind hier Befehle? Vielseitiger Schläger. Handgegeben, Spieler vs. Spieler. Kann ich hier nichts... Nee, okay. Das sind Tagesbefehle, Auftragsbefehle. Gewinne ein Herrschaft-Match, Spieler vs. KI. Ohne einmal zu sterben, muss ich machen. Okay, ich darf nicht sterben. Okay, da achte ich jetzt mal drauf, dass ich nicht sterbe. Dann habe ich auf jeden Fall die Quest geschafft. Wo siehst du die Quest? Du musst auf Befehle gehen. Bei nächstes Match, Befehle. Und dann steht da Auftragsbefehle. Und dann kannst du dir drei auswählen. Da habe ich zum Beispiel mal die beiden gegen KI reingemacht. Also da steht ja immer AI oder halt gegen Spieler, gegen Spieler. Okay, Punktestand. Drei von drei haben abgestimmt. Brücke zur Zuflucht. Konnichiwa, Bitches. Oh, Genki, das ist gar... So, soll ich mal wen anders nehmen? Ja, eigentlich würde ich mal hier bei dem noch bleiben. Saferin ist dabei. Ich kann noch keine Fähigkeiten auswählen hier. Hast dem Tod geweiht. Enthüllt die Position des Ziels und schwächt dessen Angriff und Verteidigung. Hm. Aha. Enthüllt die Position des Ziels und schwächt dessen Angriff und Verteidigung. Okay, das kann ich dann wohl nur auf dem Gegner machen. Gabe ändern kann ich leider noch nicht. Ich muss sie erst freispielen. Hast. Was haben wir hier? Zweite Luft. Du regenerierst einen Teil deiner Gesundheit und wirfst ein Projektil, das ein Zielgebiet in Brand setzt. Okay, klingt ja alles ganz nice. Aber hast. Regelsgeschwindigkeit. Okay, ich bin bereit, Bitches. Gut, also da kann ich wahrscheinlich die Verteidigung einfach von dem Gegner schwächen. So, wir haben noch einen geilen Ritter dabei. Der Ritter ist auch ziemlich cool. Ich muss nur sagen, ich schwanke immer zwischen den Wikingern und den Rittern. Wobei ich sagen muss, der Wikinger, das ist bis jetzt der Einzige coole, der mit dieser fetten Axt, den ich hier spiele. Den Berserker, den kann ich gar nicht, den habe ich in der Alpha schon gespielt, da habe ich richtig hart verkackt mit, weil da muss man sehr viele Kombos drücken und so. So, ich habe hier einen Hainvorteil. In diesen Straßen bin ich nämlich aufgewachsen. Ja, da bist du damals schon auf den Dächern rumbalanciert und hast Hühner gefangen. Nicht nur Hühner, so gewisse Drachen waren auch dabei. Okay, ist A einer, okay, wir sind B. Ich wiesel mal hier ein bisschen in der Mitte. Es war damals übrigens so der Treffpunkt der Jugend, haben wir uns immer getroffen. Oh nice. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr mit Knochen gespielt? Ja, ja, wir haben uns gegenseitig abgestochen und was man halt so macht. Zack, dein Kopf ist abgebrochen. So, hier ist ein Typ oder eine Tussi. Zwei. Zwei. One. Komm. Zapp, zapp, zapp. Ich bin da, ich durchbreche. Und drauf, drauf, drauf. Ja, von oben. Easy Queasel, Alter, easy Queasel. So. Keine Ausdauer mehr. Wir haben B, wir haben alles. Da ist aber noch einer, glaube ich. Ich sehe keinen, einer ist nur tot. Kann man die auch töten, während die tot auf dem Boden liegen? Hoffentlich. Nur, wenn man die exekutiert, ne? Also, wenn die schon da liegen, dann geht es nicht mehr. So, ich gehe mal links die Treppe hoch. Es gibt aber, glaube ich, auch hier so Power-Ups. Guck mal. Was kann man hier machen? B. Warte mal, B. Ich drücke B. Was muss ich machen? Ah, jetzt. Achso, man muss öfter drücken. Guck mal, ich habe da ein Tor. Man kann Tore schließen. Echt? Ja, es sind weiße Punkte auf der Karte. Dann kannst du Tore schließen. Okay. Auf B. Also, bei mir, weiß ich, was das bei euch ist. Ich habe jetzt zwei Tore geschlossen. Bei A geht das auch. Ah, wunderbar. Guck mal. Wir haben jetzt alles. Wollen wir irgendwie runter? Ah, hier kann man runtersteigen. Wir haben uns jetzt zu ihrem Spawn vorgemacht. Wir müssen zu B. Oh, fuck. Hier sind zwei. Die Tore gehen wohl automatisch wieder auf. Okay. Komme. Aua, der haut ganz schön rein, der Team. Ah, auch nach oben. Bei, bei, wo auch immer. Bei A. Warte mal, hier läuft einer. Fang ihn ab. Wo ist der hin? Der rennt da rein. Easy Queezil, komm. Er ist down. Oh, oh, hab ich mich erschrocken, Alter. Was ist das für ein Typ? Jetzt sind wir Resident Evil hier. Bam, 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 bam. Vorsicht, ich greife hinter dir. Ja. Oh, hier sind viele Gegner. Bam. Boah, da sind Freunde, Alter. Oh, zwei Leute. Durchbrech seine Verteidigung. Jo, hab. Okay. Er ist tot. Exekution. Den anderen? Ja, ich müsste mich mal heilen gehen irgendwo. Warte mal, ich muss mal zu C hoch. Ich muss mal zu C hoch. Hm. Was macht mit deiner Axt hier auf, Alter? Ich drücke mal X, aber irgendwie kann ich nicht exekutieren. Ich schließe die Tore wieder. Dann können die da hinten schon mal nicht durch und müssen durch B. So, irgendwann die Gegner zurückdrängen. Aua, du schlägst mich. Hier ist jemand. Komm her, komm her. Fuck, der schlägt mich. Ich komme nicht durch. Alter. What the fuck? Was geht noch ein Schlag? Ich kann da nichts machen. Ja, weil ich habe ein. Oh, hier sind voll die Typen, Alter. Ah, ich kann mich. Kopfrichtiger Fettzeug. Ich habe seine Verteidigung gesprochen. Alter, easy. Oh, was war mit dem? Oh, zwei Leute. Alter, komm, sterb. Aber diese voll viele. Mach ihn. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss erst mal weg. Ich muss erst mal weg. Wow. Fuck. Was ist denn mit hier, dem? Ja, keine Ahnung. Oh, ich muss weg hier. Wobei, ein bisschen stechen kann ich noch. Jo, den habe ich. Ich brauche meinen Heal-Skill, Alter. Was ist mit C? C ist weg. Level-Aufstieg. Okay, ich habe einen Heal, aber wenn wir C gleich wieder haben, dann kann ich mich oben heilen. Ach, ihr seid ja im Fighten, Alter. Ja, aber... Ah, der ist gestorben. Okay, wir haben C. Ja, mein Süsser-Sau-Sau. So, okay, das war nicht gut. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wow. Oh, komm. Alter, warum geht der nicht weg? Willst du mich resten oder so? Okay. Alter, er blockt. Wow. Ah. Oh. Oh, er wollte gerade meine Verteidigung besprechen. Ich brauche neu. Okay. Unten. Oh, fuck. Rechts. Jawohl, ich habe ihn. Du fiese Sarg. Du fiese Sarg. Du fiese Sarg. So, mach mal Tor zu wieder. Ich gehe hinten das Tor auch zu machen. Da unten sind... Oh, da kommen ganz viele. Ich mache trotzdem das Tor zu. Ich komme runter zu euch. Bei B sind zwei. Warte, der läuft da hinten. Oh, der hat nicht... Denk in den SK, Junge. Alter. Wem, Alter. So, Stock auch noch mal. Bruder, Bruder, kommt was angerollt, Alter. Richtig motiviert, Alter. Kommt zum Treffpunkt mit Purzelbaum, Alter. Oh, er macht was? Okay, ich habe ihn. So, zeige ich dir mal was hier. Guck mal, nimm mal das hier. Was? Boom. Ah, hier steht einer. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Oh, au, au, au. So. So. Und weg, und weg. Stich. Du hast die Face, bitch. Oh, der blockt. Und von oben, von oben. Bam. Der blockt. Oh, der ist tot. Oh, ich kann uns hierhin, glaube ich. Oh, ich kann mich auch immer ein bisschen heilen. Oh, ich sehe hier nur noch schwarz-weiß, Mann. Ja, das sind die auch so wegs. Das sind die Dreckskamera, Alter. Oh, hinter uns ist so ein Freak, Mann. So, was haben wir hier? Da, da, da. So. Jawohl, Alter, jetzt habe ich auch meine Mission geschafft. Beste. Das war easy-quizel, Leute. Easy-quizel. Easy, Mann. Guck mal, wie ihn absticht. Er macht deinen Abstecher, ey. Nice. Gut. Läde nicht davor, um deine Marz zu besuchen. So. War doch eine schöne Runde hier. Ja. In den Straßen meiner Kindheit. Du bist ein richtiger Schwätzkopf. So. Was haben wir denn hier? Gut. Ich würde gerne mal auf Mission abbrechen, weil ich möchte mir was zu trinken holen und die Folge beenden. Und dann, ja, was zu trinken holen und die Folge beenden. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Ich habe jetzt hier diese Belohnung gemacht. Warte, ich nehme einfach mal die Maus. Das ist besser. Kann ich jetzt Belohnung einfordern oder wie geht das? Oder habe ich das jetzt einfach bekommen? Legendärer Freischärler. Beendet zehn Matches Spieler gegen Spieler. Okay, dann machen wir das rein. Das habe ich schon drin. Herrschaft. Wissen wir es. Unter Tagesbefehle. Ah, abgeschlossen. Ne, das kriegt man dann einfach. Ja, das kriegt man einfach so. Anpassen. Ich habe eine neue Waffe bekommen. Einen neuen Schaft. Was macht der denn? Den kannst du anlegen an deine Waffe. Ja, ja, ist schon klar. Aber das ist... Standard. Der hat nichts. Der hat nichts, was mir... Egal, ich nehme den trotzdem mit. Ach, den habe ich schon angelegt. Okay, dann habe ich den schon angelegt. Okay. So, was kann ich hier für Brust-Tattoos? Hätte ja da gerne hier den Bären. Oder das hier ist cool. Die ist Tribal. Tattoo. Alter, was für Tattoo ist. Ich bin eigentlich rein heute, aber... Nehmen wir mal das, kann ich das irgendwie Farb vorschau. Ja, okay. Aber ändern kann ich es nicht. Symbol. Aber ich kann mir noch ein Symbol... Symbol oder Tattoo kann ich machen. Ich nehme das Tattoo. Ich komme auf Helden noch. Okay. Merkmale. Ich kann auch eine Frau spielen. Naja, aber ich bleibe der fette Wiginger. Der ist cool. Ich bleibe auch bei meinem Nobushi. Helmschmuck. Okay, neuen Helmschmuck. Rechte Schulter, linke Schulter. Machen wir das hier rein. Das hätte ich gerne überall. Helmschmuck ist das hier. Linker Arm, rechter Arm. So, ich will hier den Bären haben. Und auf dem linken Arm machen wir auch den Bären. Junge, was ein geiler Bär. Wir sind Arme. Dann hat, okay, mehr haben wir noch nicht. Fortschritt ansehen, wie man kämpft. Okay. Wenn ihr Tipps und sowas habt, Tipps und Anregungen, einfach in die Kommentare reinquieseln. Ich bin da immer sehr für Kritik offen, aber unter den anderen Folgen habe ich gesehen, da schreiben manche Leute, du spielst schlecht oder du bist ein Noob oder so. Da kann ich nichts mit anfangen, Leute. Macht ein bisschen konstruktive Kritik. Ich lerne gerne von euren Kommentaren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Stay pam, Pamarillos. Tschüss. Tjuuu. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit dir nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsproben.